Sehr geehrte Damen und Herren, hier mein Versuch euch zu erklären, dass es OBS Software für Aufnehmen von Video Webcam, wenn ich da drauf drücke, ist er verdeckt drüber, Entschuldigung, noch mal zum testen. Und Bildschirm, es geht um die neue Weltordnung, nicht die Nordwest-Ost, verklausuliert NWO manchmal heißt, Norden führt über den Westen den Osten an, der Süden sollte das Paradei gewesen sein, wo man sich ausleben kann. Die neue Weltordnung, ja, da habe ich eine Seite, die heißt NWO-Server, Info, darunter gescrollt, drei Videos, da wird das A angefügt, ich hoffe in Zeitraumgeschichte nicht mehr attackiert, von, äh, aus Kreisigen zur Erklärung, was ist die neue Weltordnung. Hier habe ich in zehn Jahren vier Bücher, eins von Kissinger, ein Fachbuch, eins von einem Christen und eins von einem, vom, über, also aus dem Islam her. Wir können mal draufklicken, Kissinger, die Kernaussage herbeiführen. Er sagt, es sind sechs Säulen um den Motor Europa. Mir sagt es dann aus einer Richtung, äh, es wäre wohl eine Entlastung angedacht, die sechs Säulen, namentlich USA, Europa, China, Japan, GUS, wahrscheinlich auch Indien, um die neue Weltordnung. Es ist übrigens mit der Ukraine eine neue Ost-West-Demakationslinie im System geplant. Habe ich mir sagen lassen. So, das dazu, das ist der Kissinger, der sagt also, es sind sechs Säulen, ja, in der Wirtschaft wahrscheinlich auch. Dieses Fachbuch hier, das meint, dass die neue Weltordnung so was wie eine, ja, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, hier, bedarf mutiger, handelnder Menschen, kreativen, intellektuellen, menschlichen Potenziale auszuschöpfen. Sie braucht Menschen, die bereits in Risiken einzugehen, um dem Zynismus und Alternativlosigkeit anzudenken und anzuhandeln. Also er geht da in die Selbstermächtigung, der Matthias Heidmann, ja, ruft da den, den Einzelnen auf. Das christliche Handbuch, ja, ich habe eine Zeit lang alles zusammengerauft, was ich konnte, ja. Der sagt eben, es ist eine, äh, äh, christliche Weltordnung, ein Antichrist ist in der Rede. Ja. Die NWO sei der Versuch, Menschen zu vereinen, ohne Gottesglaube aber sinnlos. Richtigen Grund zur Freude hätten wir erst, wenn irgendwann Jesus erscheint, möchte ich mal einräumen, mir ist er schon gewahr gewesen. Ich danke mal dem Herrn an der Stelle. Mein, diese Welt sehe ich nicht wieder. Wollen wir uns dieser negativen Sichtweise anschließen oder Schicksal, lieber das Beste daraus machen? Das war noch die Verfolgung des Mahlzeichen, das Dreieck verklausuliert, das XXX, die Ewigkeit dieser Erde. Wir hatten dann Gegner in Fremdhimmeldienern, in Atheisten, insofern, dass wir entdeckt haben, den Lucifergott, Lucifergott, Pro Seed, jetzt muss ich gleich ins Thema rein, und haben, erstehen, sehen, die Ordnung A, mit dem NET und dem Bär. In der Feinstofflichkeit, das ist ein feinstoffliches Vehikel, das geht 40 bis 80 Jahre in die Zukunft, und von vorne ist es konisch, diese Striche, das sehe ich in die Zukunft konisch gehen, und das sagt es mir, es geht jetzt ewig so, es geht ewig so weiter. Das NET und Bärsen, zwei Räder, die drehen sich nach vorne, und gleichzeitig, wie ein Fahrrad nach vorne gehen. Rauf und runter, die beiden. Und so war die Verordnung, da ist ganz viel sterbendes Material weggeflogen, ein Drittel Menschheit ist nach dem Lied der Linde, der ich sage, das vergingen, die, ich muss jetzt gleich im Ankerwurf rüberschmeißen, auf Erfolge, Kräcker-Info, also das ist Pro-Sed-Kräcker-Info, eine Gottesreise, mit dem Christen und dem alten Lucifer-Gott, der Rentengott noch ist höchstens, die Erklärung steht hier auf Pro-Sed-Kräcker-Info, meine 50 Festigungsversuche, die bösen weißen Wolken der Erdauflösung vertreibe, in meiner Sorte, dann 13 Suizidale finde, die erneut Planeten wollten schaffen, oder sich beendet sind und geheilt habe, fernspürend, das wiederum mündet in der Beteiligung meiner Mutter, dieses Nett- und Bergepferd zulassen, zur Alternativlosigkeitsbeendung, das heißt, wir haben jetzt eine Alternative in der Republik, durch den Nett und die Bären, die Bären und die Nettigkeit, oder das Netzwerk, wie das Familienbeideskraft in der Republik. So, und das führt mich hin zu Zeitzerruierungen, das sind Zerstörungen in der Zeit meiner Leistungen, es mündet in 10 Jahren Arbeit, ich vertreibe also diese bösen weißen Wolken, die Planet Neuschau kommt nicht, das war Suizidaler mit dran, das ist dieses, die alte Welt sieht mich nicht mehr, Fremdhimmeldiener noch gewesen, das Nettberg kommt in Bewegung, das Lied der Linde, Titel, der eben von dem Drittel Menschheit, das verschwand, beim Rausgehen müssen, aus der Verordnung des 7 Milliarden Systems scheinbar geschehen, die abgelöst wurden, wieder ein Geist. Das Dreieck ist in die Ewigkeit gegangen, wieder, das war verschrien als Malzeichen, da muss ich euch informieren, das steht auf Cracker Info Ewig, Cracker Info Ewig und Triangular, ihr wisst vielleicht noch nicht, das XXX hat Ewigkeitsgarantie, soweit mir bekannt, oder die größte Möglichkeit, die Ewigkeit zu erreichen im Duett. Also es hält weder Holz noch Kupfer, es hält weder der Einzelne noch die Menge, sondern der Einzelne mit noch einer Gegenüberbewusstsein, die ertragen ewig länger und das steht hier, halt Triangular, Triangular, das ist das Symbol von Dan Browns Roman, das ist das XXX in einem gegossen, hier ist es in 3D, das musste ich dann noch ins Internet, free melden, ja, das ist XXX, ja, und das im Sicherheitskreis sozusagen, oder im Schutzkreis, da oben geht es noch in Torus, das Gewerk sieht dann so aus, das ist die Wahl von unserer Perspektive mehr, da, das ist der Torus, der Leuchteten, die können da viel verändern, die können da unten, ist noch ein Kreis, der normalen, und hier ist der alte Pyramiden-Bausau, zurück, zu, dem Vehikel, zurück, zu der Erklärung, also, das 3 geht in die Ewigkeit wieder, das ist unverletzt hier in der Mitte, zu sehen, es deutet, das XXX, die Ewigkeit, hier sage ich immer, der, die, das, in Mann, Frau, es, im Geiste, die Wahl, oben jetzt sinnbildlich, als Symbol, und das wiederum schaut aus wie eine Aufhängung, da du jetzt einen Kreis drüber legst, oder dran machst, dann ist es ja schon fast ein Vehikel, zum sich bewegen können, und dann dachte ich, es geht nicht besser, ca. 100 Wanderstäbe habe ich verschenkt, das ist die Erzählung darüber, das steht auf erfolge.cracker.info, erfolge.cracker.info, die Links kommen dann alle auf die Seite der, in der Videobeschreibung erreichbar, und das rührt mich dann zu einer Selbstsehung, durch einen Engel, an einer besonderen Stelle, über 4 Schaltstellen in Schwarz-Weiß, das war damals 3 Wochen her, das war am 24.11., jetzt ist der 24.2., Mutter sagt, nach 10 Jahren dieser Sachen, die ich verschenke, 100 Wanderstäbe in die Welt, jetzt verzeiht es mir, diese Dimension hat kein Ende mehr, das je Ende ist bei Ambivalenz nie ausschließbar, bei Geist über Materie, dem Heiligen Geist, aber, diese Sehung, diese Dimension, eine von 30 Simmer, ca. diese bekannte Weltkarte, kann ich feststellen, am 18.12.22, hat kein Ende mehr, Hurra, ja, Satansprechen, Antischreck, Hetze waren wir ausgeliefert, und es führt mich weiter zu einer Erklärung, die steht auf Holzlanden, Cracker Info, Holzlanden, Cracker Info, die Satansprechen, Antischreck, beschreiben in Deutsch, Englisch und Französisch, wir waren halt gehiesen, 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 ich habe die Ewigkeit zugesagt, aus einem besonderen Städtchen in Deutschland, vor allen Titeln, vor allen Namen, wurde dann eben 1000 Jahre getestet, ich war mal an Muskelfaserchen, von Lucifer, Herr der Welt, heute Andreas, versucht Seed, S-E-T-H sein, oder helfen, ja, das ist im kurzen, haben sie mir gesagt, wir stecken dich 1000 Jahre ins Gefängnis, und wenn du rauskommst, und sagst, passt schon alles, dann stecken wir die wieder rein, ich muss ein wenig jammern, sehr geehrte Damen und Herren, es tut mir leid, hier geschieht das, auf drei gesortierten Tonspuren, jeweils circa halbe bis eine Stunde, in das Satansprech und Antischreck hätte sie mal aufgegliedert, führt mich weiter zu Deeskalationsstrategien, wenn es um Leben gehen soll, lieber um Gegenstand, Schenkung, oder Beurteilung, um Häuser tun was, lieber Häuser segnen, ich habe 20 Häuser gesegnet, entgegen derer vielleicht sich 200 Häuser fragen, warum war der mich nicht segnen, Menschen, was wäre, lieber ein Puppenspiel starten, oder Stofftierschau, ist hier verlinkt, sind 18, 20, 21 Puppenspiele, oder Stofftierschau, Figurengeschichte, Andreas nenne ich das, Aktionen, lieber Kunst bedeuten, und bei Erfolgen einen fairen Wettbewerb anstreben, in dem Sinne, ich gehe zurück auf die Schau, 40, 80 Dekaden, äh, 4, 8 Dekaden in die Zukunft gegangen, Entschuldigung, da kein jähes Ende mehr zu sehen, zurück zu den Videos, wo ich die bösen weißen Wolken vertreiben darf, kann, will, wäre mit Nettaufbau zu den Bären, zurück zu der christlichen Beurteilung, der Antichrist, ja oder nein, ja, es hat ein doppeltes System, das Lied der Linde sagt, wir sind, a Christenheit jetzt fähig, zu sehen an dieser Grafik, das ist der Antichrist, das ist, diese ist mir über den Weg gelaufen, ja, das war zwischen 10 und 18 ist diese Herrschaft von dem Baphomet dargestellten Antichrist, alle Macht wurde auf ihn gelegt, scheinbar, war ein Bruder ich, leider, kann ich nichts, äh, ändern, 3,5 Jahre mit dem, Bund der Familien, da hat, hat ich dort, in Funktion gesagt, die 8 Jahre, 7, 8 Jahre, die insgeheim ein Verbund immer führen kann, kann ich mit euch nicht weiterführen, ihr seid zu geizig für die Mengen, und dann habe ich gebrochen, und dann wurde mit Netzwerk beigeführt, mit Republik, mit dem, Idee ist es, dass jenem, Hauptsache wir kriegen die 8 Jahre irgendwie zusammen, in 18 sieht der Bruder Engel in einem Fort von meiner Heimatstadt, ganz viele Engel inkarnieren, und hier wird Jesus Erscheinen angeteutet, ich habe im Gewahrsein aus einer Vorinkarnation Jesus gesehen, in dieser Inkarnation zweimal ihn wahrgenommen, er ist in Aktion, die Christenheit nach dem Lied der Linde, ist die Welt dem Krieg bald entrückt, Tausend Jahre Friede steht hier, können wir vielleicht erleben. Zurück wiederum zu der, eine neue Weltordnung, ja, die Christenheit sagt das Lied der Linde, das müsst ihr auch hier nachschauen, auf 3Krecker-Info, das ist eine Sehung, meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann kommen wir zu dem islamischen Buch, Lied der Linde, und der sagt halt wiederum, es wäre eine islamische Weltordnung, die neue Weltordnung, hier ist es der zweite Link, halt nein, Entschuldigung, doch, den kann man nehmen, aber das ist mein ursprüngliches Sein, Entschuldigung, das prophetische Lied der Linde, werde teilhaftig, da habe ich dann eine schöne Seite, die Republik ausgekleidet sehen, mit Netzwerk, Familie und Republik, das ist der Text, der geht folgendermaßen aus, reiche Ernten schaue ich Jahr für Jahr, Kirchen sind vereint, Antonius Wanderer, Barfuß predigt Held der Welt, die Welt ist dem Krieg entrückt, dieses kündet deutsche Mann und Kind, leidend vor dem Land, mit dem Land die alte Linde, dass der Hochmut macht das Maß nicht voll, und der Gerechte nicht verzweifeln soll, hier schön vorgelesen. So, jetzt gehen wir zurück zu dem Buch, jetzt nochmal die Frage, ist es eine christliche, eine Antichrist, oder ist es ein Duet, und wenn es ein Duet ist, haben wir sehr viel Islam hier, in Europa zu sehen, und hier steht es, islamische Sichtweise, es sind ein, zwei Worte, die neue Weltordnung sei eine koranische, sagt er wiederum, der will den Kirchenstaat, ja, die sakuläre Staat, also ich habe das Fazit, ich muss mal kurz nochmal nachlesen, Gottglaube, der Gottesstaat, ja, es gäbe, ist keine Religionsfreiheit, und die Freiheit des eigenen, ist genauso wie das anderen, gerecht, Religionsfreiheit, ja gut, ich gehe halt hier gleich auf die Religionsfreiheit, ja, die haben uns errungen, das sind die Errungenschaften, dass wir also da eine Trennung von Kirche und Staat schon sehen möchten, zurück auf diese Seite, ja, und das ist, äh, jetzt eigentlich beendet, die, die, das Durchklicken durch die Seiten, ich würde sagen, lasst euch das erstmal gewahrt werden, ihr könnt die Links alle durchprüfen, wir sind jetzt 18 Minuten am Reden gewesen, ich denke, das war eine Menge Stoff, ich danke dem Herrn, sehr geehrte Damen und Herren, ja, vor dem Herrn, alle gleich, ich bin ein einfacher Arbeiter im Sein des Herrn, auch als damals Musiklophasien des Herrn der Welt, den sie als Satan verschrien, der Andreas bin ich heute, für euch gerne zum Dialog bereit, Tschüss!